Moin und willkommen zum nächsten Teil vom AORUS Waterforce 2022 Projekt. Heute soll es mal um ein paar weitere Details bzw. die ersten Entscheidungen gehen. Die genauen Komponenten stehen noch nicht ganz fest, da muss ich noch so ein bisschen was abklären. Das werden wir dann wahrscheinlich erstmal im nächsten Teil besprechen. Aber heute geht es, wie gesagt, um ein paar weitere Details. Wir werden über das Farbschema nochmal sprechen. Ihr habt mir einiges an Input gegeben, wo auch gute und wichtige Sachen dabei waren. Und dann soll die Grafikkarte noch ankommen. Genau wie beim letzten Mal wurde auch dieses Video von Gigabyte bzw. AORUS unterstützt. Vielen Dank an der Stelle. Auf den Inhalt hat das wie immer keinen Einfluss. Ich wurde lediglich gebeten, euch auf zwei aktuelle Aktionen hinzuweisen. Und zwar könnt ihr bis zu 100 Euro Steam-Guthaben bekommen, wenn ihr ein Z690 Mainboard kauft oder gerade gekauft habt und das Ganze bewertet. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung mit allen Details. Und die zweite Sache ist, dass ihr eines von drei Mainboards gewinnen könnt. Auch das ist natürlich unten verlinkt. Und somit würde ich sagen, starten wir direkt mal ins Video. Wie eben schon gesagt, stehen noch nicht alle Komponenten zu 100% fest. Es wird bestimmt auch noch ein bis zwei kleine Änderungen im Laufe des Projektes geben. Aber trotzdem haben wir natürlich so ein paar Sachen, wo wir uns schon absolut sicher sind. Wie zum Beispiel das Mainboard. Das ist absolut in Stein gemeißelt. Und im Endeffekt hängt das ganze Projekt ja auch da dran. Das ist das Z690 AORUS Extreme Water Force. Und ja, im Endeffekt ist das die Crème de la Crème unter den Z690 Boards. Natürlich auch sehr teuer. Aber sowohl optisch als auch technisch extrem gut ausgestattet. Beziehungsweise optisch halt einfach ein super geiles Design. Vor allem, wenn da alles beleuchtet wird oder beleuchtet ist, dann sieht das richtig, richtig gut aus. Dann hatten wir ja im letzten Video den AORUS RAM. Allerdings werden wir den aller Voraussicht nach nicht verwenden. Und zwar zum einen, weil er keine RGB-Beleuchtung hat. Und zum anderen, weil er nur 5200 MHz bei CL40 bietet. Und ich glaube, für dieses Projekt sollten wir auf jeden Fall in eine etwas andere Richtung gehen. Irgendwo 6000 MHz mit einer guten Latenz zum Beispiel. Das ist für dieses ganze High-End-Ding auf jeden Fall passender. Das O11 Dynamic Evo oder Evo fanden die meisten von euch als Gehäuse auf jeden Fall gut. Es passt halt auch zum Vorgänger dieses Projektes. Da hatten wir ja das XL-Case davon verwendet. Und die Farbe Gunmetal wird, denke ich, in Zusammenarbeit mit den goldenen Akzenten auch eine ganz coole Mischung. Da bin ich sehr gespannt. Was einige von euch geschrieben hatten und was auch wirklich ein guter Punkt ist. Wir hatten ja überlegt, wie bauen wir das ganze System ein. Denn das Evo kann man ja schon ziemlich umfangreich umbauen. Und man könnte es zum Beispiel auch invertieren. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, wir haben Komponenten mit Displays drin. Zum Beispiel das Mainboard. Da ist ja oben im Monoblock ein kleines Display drin. Und das kann man aller Voraussicht nach per Software nicht drehen. Das heißt, wenn wir ein invertiertes System bauen, dann steht das alles auf dem Kopf. Und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich bei der klassischen Einbauweise bleiben. Eventuell die Grafikkarte rechts neben das Board. Das müssen wir noch gucken. Aber wir nehmen zumindest soweit erstmal den normalen Aufbau. Farblich bewegen wir uns also irgendwo im Bereich Schwarz, Grau bzw. Gunmetal und dann natürlich Gold. Das soll nicht übermäßig präsent sein, aber schon hier und da wieder auftauchen. Ich habe jetzt einfach mal ein Kabelkit, also gesleefte Kabel, konfiguriert. Und ja, so könnte ich mir das vorstellen. Schreibt mir aber eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Inzwischen ist auch die Grafikkarte für unser Projekt angekommen. Allerdings gibt es da leider ein kleines Problemchen. Das ist erstmal eine 3090 Ti. Gute Sache. Also das ist nicht das Problem, auch wenn viele von euch der Karte natürlich berechtigterweise sehr skeptisch gegenüberstehen. Die verbraucht zu viel Strom, die ist zu teuer. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist für unser Projekt erstmal ziemlich irrelevant. Was viel schlimmer ist, das ist leider das falsche Modell. Das hier ist die 3090 Extreme Waterforce 24G. Waterforce ist ja an sich schon mal gut. Gut, allerdings ist es das AIO-Modell und nicht die Waterforce WB-Karte. WB steht für Wasserblock. Und ja, das wäre also das Modell, was wir brauchen. Denn wir wollen ja eine komplette Custom-Wasserkühlung bauen. Und da soll die Karte selbstverständlich mit rein. Es ist nach aktuellem Stand so, dass es kein WB-Modell von dieser Karte gibt. Ich weiß auch nicht, ob da was kommt. Bisher ist auf jeden Fall nichts in Sicht. Und man kann auch leider die normale 3090 sowie die 3080 Ti nicht mehr in dieser WB-Variante kaufen. Das heißt, wir haben da jetzt auf jeden Fall ein Problem. Die einzige Alternative, wenn es jetzt um den Kauf von einer anderen Karte gehen würde, wäre die RTX 3080 12 GB. Die kostet allerdings auch stolze 1500 irgendwas Euro. Und ja, wäre ein ordentliches Downgrade im Vergleich hier zu unserer 3090 Ti. Also ich bin da im Moment noch ein bisschen hin und her gerissen. Eventuell kann man auch diese Karte hier umbauen. Das war mein erster Gedanke. Allerdings muss es auch dafür dann erstmal einen passenden Wasserblock geben. Wenn ihr da irgendwie eine Info habt oder ihr findet einen Block, der passend ist, dann lasst es mich gerne wissen. Ich habe bisher auf jeden Fall leider keinen gesehen. Ich habe bei den üblichen Verdächtigen mal geguckt. Aber ja, bisher gibt es da nichts und es ist auch bisher nichts angekündigt. So, jetzt haben wir lange genug über das Problem geredet. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und ich würde sagen, dass wir jetzt trotzdem hier einmal diese AIO-Variante auspacken. Da ist ein 360er Radiator dran. Ich glaube, bei den vorherigen Modellen war es immer nur ein 280er, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich bin gespannt, wie läuft sowas, wie warm wird sowas, wie laut wird sowas. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe nämlich, ich will jetzt nicht sagen, noch nie eine AIO-Grafikkarte getestet. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Also ja, packen wir das Teil einfach mal aus. Ja, dazu muss ich sagen, also ich hatte sie schon einmal ausgepackt. Deswegen ist der Beutel hier auch gar nicht mehr um die Karte rum, sondern die Karte liegt hier einfach nur so drin, weil ich schon ein Instagram-Bild gemacht hatte. Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Falls nicht, folgt mir gerne bei Instagram. Und so sieht dann hier erstmal die Karte aus. Ich finde auf jeden Fall ziemlich schick. Die goldenen Akzente passen natürlich perfekt zum Mainboard. Aber ja, lass uns das Ding hier erstmal komplett rausholen. Hier haben wir, wie eben gesagt, den 360er Radiator. Die Lüfter sind bereits vorinstalliert. Auch die ganze Verkabelung, das ist halt hier an den Schläuchen entlang geführt. Das ist auch soweit alles fertig und vorbereitet. Also im Endeffekt muss man das Ganze, ja, wirklich nur einbauen. Und dann kann man auch direkt loslegen. Lege ich mal kurz zur Seite. Dazu gibt es dann hier unten noch einen Aorus Chibi. Allerdings in einer Variante, die ich so noch gar nicht kenne. Ja, auch in diesem neuen dunklen Look mit ein paar goldenen Akzenten. Vielleicht können wir den in unserem Bild integrieren, weil wir auch auf goldene Akzente so ein bisschen setzen werden. Und der sieht auf jeden Fall ziemlich cool und ja, relativ böse aus. So ein bisschen die Batman Edition vom Aorus Chibi. Coole Sache. Und zu guter Letzt haben wir dann hier unten in der Tüte noch den Stromadapter. Denn die Karte hat, obwohl es eben ein Custom Design ist, den 16-Pin-Stecker, der dann hier auf 3x8-Pin übergeht. Keine Sorge. Also, ja, je nachdem, ob wir diese Karte jetzt irgendwie verwenden oder irgendwie nicht. Das gucken wir ja noch. Aber wir werden selbstverständlich nicht mit diesem hässlichen Adapter arbeiten, sondern werden uns da ein schönes gesleeftes Kabel organisieren. Was mich auf jeden Fall etwas überrascht hat, ist das Gewicht der Karte. Die ist nämlich nicht besonders schwer. Ja, also, ich hatte mit etwas mehr gerechnet. Der Radiator hat natürlich ein gewisses Gewicht, aber die Karte selbst ist verhältnismäßig leicht. Vor allem, wenn man zum Beispiel weiß, was so eine WB-Karte, also mit dem richtigen Wasserblock, ja, was die wiegt, dann ist man hier erstmal ein bisschen überrascht. Aber das ist jetzt weder positiv noch negativ. Was mir hingegen nicht so gut gefällt, ist, dass das Kabel hier einfach nur so am Schlauch entlang geführt wurde. Also, ich bin der Meinung, das hätte man auch irgendwie schöner integrieren können, zum Beispiel innerhalb des Sleeves. Ich hatte eben erst gedacht, okay, ist ja richtig blöd, aber wenn dann ein Lüfter kaputt geht, dann, ja, kommt man nicht so leicht an das Kabel dran. Ist aber, glaube ich, Quatsch, weil im Endeffekt sind die Lüfter hier einfach nur aneinander gesteckt. Und man kann hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr diesen Stecker hier sehen könnt, da kann man das Ganze also abstecken. Und somit ist das hier wirklich nur eine Verlängerung, die dann zur Platine geht. Und ja, somit könnte man das auf jeden Fall dann hier, falls mal was mit einem Lüfter wäre, abstöpseln, den Lüfter tauschen und hätte somit kein Problem. Also, das hätte man schöner lösen können. Jetzt will ich aber mal kurz einen Eindruck davon bekommen, was denn diese Kühllösung hier leisten kann. Ein 360er Radiator kann ja schon ein bisschen was, aber die Karte hat halt auch eine sehr, sehr hohe Abwärme. Und somit packen wir das Ding mal auf den Testbench. Gesagt, getan. Ich habe jetzt erstmal ein paar Timespy-Durchläufe gemacht und habe danach hier den Grafiktest 2 in Dauerschleife angestellt. Die Temperatur hat sich jetzt schon eingependelt, also wir liegen so bei 55 bis, ich glaube das Maximum waren 57 Grad. Wir haben deutlich über 2000 MHz Boost-Takt in diesem Test und ja gut, 425, 430 Watt Leistungsaufnahme. Das ist natürlich schon ziemlich extrem, gar keine Frage. Wie am Anfang gesagt, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die Performance, also die Temperatur und vor allem dabei die Lautstärke eigentlich in einem ziemlich guten Rahmen. Man hört so ein kleines bisschen die Pumpe, aber die Lüfter, wir können uns das gerne mal kurz anschauen hier. Ich habe hier parallel natürlich HW-Info laufen lassen und wenn wir hier oben mal gucken, GPU-Temperatur als Maximum haben wir knapp 58 Grad gehabt. Die Hotspot-Temperaturen gehen auch absolut klar. Und die Lüfter, die drehen im Grunde so mit 900 RPM bis maximal 1000 RPM und das eben bei 470 Watt im Peak. Ja, Leistungsaufnahme beziehungsweise im Endeffekt auch Abwärme. Also das sind alles sehr solide Werte. Natürlich kann man mit einer Custom-Wasserkühlung, die vernünftig dimensioniert ist, noch niedrigere Temperaturen und eine noch geringere Lautstärke erreichen. Aber wenn der Aufpreis für so ein AIO-Modell nicht so hoch ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dann ist das schon wirklich eine gute Sache. Und ihr braucht natürlich Platz im Gehäuse, also klar, ein 360er Radiator, den müsst ihr also irgendwo unterbringen können. Eventuell zusätzlich zu einer AIO für eure CPU, je nachdem wie euer System aussieht. Das muss man alles bedenken, aber so rein von der technischen Seite bin ich hier erstmal positiv überrascht. Wie gesagt, habe ich eben auch ein paar normale Timespy-Durchläufe gemacht und da bin ich auf 21.412 Punkte insgesamt, beziehungsweise 22.012 Grafikpunkte gekommen. Getestet mit einem 12.900K natürlich, genauso wie wir das dann in unserem Waterforce-System auch machen werden. Und ja, das ist wirklich sehr stabil, also mit Stock-Settings über 22.000 Grafikpunkte. Das kann sich wirklich sehen lassen. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende von diesem zweiten Teil angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, auch wenn es wirklich so gar nicht nach Plan lief. Also wir müssen uns da auf jeden Fall was einfallen lassen, wie wir jetzt hier weiterverfahren und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann schneller vorankommen. Also das Projekt soll sich jetzt nicht über das ganze Jahr ziehen, aber eine gute Nachricht, Steel Key Customs, also die Jungs, die die Distroplates bauen und auch beim letzten Mal gebaut haben, die sind auch schon dran, für das Gehäuse was zu entwickeln. Das heißt, ja, das wird, denke ich, relativ schnell dann auch weitergehen und somit lassen wir uns da erstmal überraschen. Wir gucken jetzt hier bezüglich Grafikkarte und so weiter, was da Sache ist. Ich kläre die weiteren Details bezüglich der ganzen Produkte und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit, ja, besseren Neuigkeiten und einem schnelleren Fortschritt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.